Dass die Lose, da wir noch viele, viele attraktive Preise haben, wir die Chancen erhöht haben, und zwar um das Doppelte, wir sagen jedes Los jetzt nur noch 50 Cent, und wenn ich es richtig verstanden habe, werden die Steaks so zum Feierabend, zum Abendessen heute auch etwas günstiger, jedes Steak ab jetzt 3 Euro, Applaus, ganz genau, das muss man erstmal können, jedes Steak ab jetzt 3 Euro, und jede Bratwurst, was haben wir gesagt, ich sag 1,50, genau, ab sofort jede Bratwurst 1,50, und jetzt genießen wir das, was der Film uns hier zeigt, Hanna Haas, guckt euch das an, aufgesetzt zwischen den Kostlandegebühren. Hanna Haas, guckt euch das an, aufoka 7 Uhr, bis לפängst du, dass du, dass du, du wirst dich, du wirst dich, du wirst dich, du wirst dich, und sichern dich, wenn du dir das selbe, du wirst dich, du wirst dich, du wirst dich, du wirst dich. Das ist der Hammer hier. So schnelle Finger muss man erst mal haben. Joe Gaulwacht. Und mal euer Applaus. Feuer dienen mal an. Das sieht man auch nicht.